Und wo wohnst du denn jetzt? Aktuell bei Mom sozusagen. Es geht ihr gut. Dachte, mir ist interessiert dich. Irgendwie bin ich jedes Mal noch ein bisschen nervös. Nervös sein ist gut. Du voran, ich folge. Okay. Hörst du das auch? Weh? Nein! 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 Weh? Wenn du mich hören kannst, gib Lichtzeichen. Nein! Ich stehe jetzt nicht! Oh Gott! Wir müssen die Felsen anheben! Das funktioniert so nicht! Hör zu, du tust jetzt, was ich dir sage. Du machst einen kontrollierten Aufstieg. Wenn du oben bist, holst du Hilfe. Hilfe! Dann musst du mir die zusätzlichen Presseflaschen bringen. Ich will deinen Timer auf 20 Minuten. Ich will, dass du dich jetzt zusammenreißt. Da war ein Haus auf der Karte. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie das enden kann. Ab was keine Luft mehr? Jetzt nichts aufgeben, klar? Ich will, dass er nicht mehr ist! Es tut mir so leid. Drew, du hast alles versucht. Ich werde dich hier nicht sterben lassen! Ich werde dich mehr sagen. Wir drehen dir so. Untertitelung des ZDF, 2020